So, herzlich willkommen bei NBOSS TV zu einem neuen Unboxing. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon wieder eines gesehen habt vor kurzem oder ob das jetzt länger her ist, weil momentan ich sehr viele Unboxings produziere, weil ich sehr viel geiles Zeug bekommen habe. Und ich freue mich aber, das ist mega. Und ich fange einfach direkt an und zeige euch das einfach mal. Ich habe dieses Paket die Woche aufgemacht und was war drin? The Division! Und da gibt es hier extra für... Fantastisch! Das sollte nicht passieren. Verdammt! Ja, extra für Besteller des Youplay Shops. Haben halt diese schöne Nachricht, diese kleine bekommen. Steht halt drauf hier, extra. So als kleines Goodie. Und ja, da ist eben diese richtig geil aussehende Steelbook drin. Ich mag ja Steelbooks, ist echt cool. Hier schön in diesem Orange. Richtig geil. Sieht wunderbar aus. Auch hier innen nochmal schön, ne? So nochmal von hinten. So. Und die Seite natürlich, da steht der Titel drauf. Es gibt auch Steelbooks, ich hasse es wie die Pest, wo hier der Titel nicht draufsteht. Das ist eh so eine Sache, ich mag es eigentlich mehr, wenn das alles so ein bisschen gleich aussieht im Schrank. Ich bin auch so krank, ich bin auch so krank, meine Spiele, ne, ich verrate es nicht. Ne, das verrate ich nicht, was ich mache. Das ist zu nerdig. Ähm, ja, auf jeden Fall, hier, bei manchen Leute, ne, also bei manchen Steelbooks ist hier nämlich nichts drauf. Und ich sehe da nicht im Schrank direkt, was es für ein Spiel ist, wie ich sowas hasse wie die Pest ohne Scheiß, Leute. Ich hasse es. Ne, da muss der Titel drauf, auf jeden Fall. Aber kommen wir nun wirklich zu dem Inhalt. Es ist natürlich die fette Sleeper Agent Edition, äh, der und zwar in der PS4-Version. Und das ist ein fettes Paket. Fade, die Gesellschaft, stehen wir auf, steht hinten drauf. Hurra! Ja. Dieser typische Patriotismus kommt einem schon entgegengeschrieben bei dem Spiel. Das darf einen nicht sonderlich stören, ansonsten sollte man die Wischen nicht spielen. Wer auf eine tiefgründige Story mit, ähm, ja, lassen wir das. Ich bin mal gespannt. Ich habe es ja noch nicht gespielt, aber alles, was ich bisher gesehen habe, weist darauf hin, dass es halt eine typische Hurra-Story ist. Aber gut, ist natürlich ein bisschen bei Tom Glancy auch zu erwarten. Aber ich hoffe, dass es doch noch ein bisschen tiefgründiger wird, so von der Story. Also, ja, was heißt tiefgründiger? Also zumindest komplexer und, äh, mit ein paar Wendungen und ein bisschen mehr drauf eingeht, auf diese ganze Virus-Geschichte. Das Intro ist auf jeden Fall schon mal geil, das habe ich schon gesehen. Und ein bisschen schade, wenn das gar nicht mehr so thematisiert wird. Aber man weiß ja von Destiny und so, wie das ist bei MMOs. Das ist halt nun mal nicht der Mittelpunkt. So, jetzt kann man das hier, uh, einfach hochschieben. Das machen wir doch. Hier hinten stehen halt alle Infos drauf, das lese ich aber jetzt gar nicht erst vor. Ähm, ja, was man noch sagen kann. Gut, 40 GB hat das Spiel, äh, brauchst einen Speicher. Joa, lässt sich natürlich nur alleine spielen an einer Konsole. Das ist aber natürlich ein Online-Game, also generell lässt sich natürlich auch. Merkt man in Spielen. So, jetzt kann man das hier so. Ich schaue mal hier kurz. Ich schaue übrigens immer in den Spiegel, deswegen. Ähm, kann man das hier so aufschieben? Oh Gott, das sieht schon sehr fett aus. Oh Gott, ich bin schon sehr begeistert. Jetzt kann man das hier einfach so. So, das ist schon mal sehr geil und aufwendig. Sowas kann Ubisoft. Ubisoft kann Collectors Editions. Wer auf Collectors Editions steht, ist bei Ubisoft richtig. Wer auf sowas nicht steht, der braucht nicht motzen, weil der steht auf sowas nicht. Also Leute, wenn ich dann einfach so die gleiche Person wiedersehe, die über jede Collectors Editions dieser Welt, und ich habe schon verdammt viele ausgepackt, auch für euch, jedes Mal wieder motzt. Und ich denke mir nur so, das hat nichts mit objektiver Meinung zu tun. Du magst einfach Collectors Editions nicht. Warum guckst du dir überhaupt dieses Video an, nur um wieder darüber zu motzen, wie scheiße Collectors Editions sind? Manche Leute mögen sie aber. Und da kann man dann sagen, okay, die ist scheiße, weil die ist einfach von der Preisleistung nicht in Ordnung. Da ist das nicht okay, da finde ich das super. Weißt du, es ist einfach, wenn ihr alles scheiße dran findet, dann mögt ihr keine Collectors Editions. Dann kauft sie euch nicht, guckt sie euch nicht an, macht es anderen Leuten nicht madig. So, das war das Wort zum Donnerstag haben wir heute. Für euch jetzt wahrscheinlich Samstag oder so. So, fangen wir an mit dem Artbook zu Destiny. Da sehe ich schon hier, hinten ist schon drauf, Massive Entertainment. Es ist, ich sehe es schon, es ist jetzt nicht so mega hochwertig, das sieht man schon von außen. Also da gibt es andere, da habe ich ganz andere Collectors, Artbooks, die, was weiß ich, zum Beispiel von Crysis 3, ne Crysis 2 war das damals, von Skyrim. Und es gibt schon wirklich sehr, sehr hochwertige, das ist so, es ist okay, aber auch das Papier und so. Das ist jetzt nicht so das Hochglanzpapier. Es sind ganz schöne Artworks drin, das sind wirklich Artworks. Man sieht es auf frühere Versionen von verschiedenen Charakteren. Also, ja, das ist okay, das passt. Ja, da sieht man auch die verschiedenen Gegnertypen, die es so gibt. Mal schauen, ob die Cleaner drin sind. Na, jetzt sieht man hier einiges von New York City, ganz viel Environment Zeug. Ich meine, Environment, davon lebt das Spiel, dass einfach so viele Kleinigkeiten sind. Der Müll, der da rumliegt, die Müllberge, diese ganzen Details, das ganze Material, was da so rumliegt und so an Autos und Schrott und Müll. Ja, das macht die Atmosphäre aus, diese düstere, beklemmende Atmosphäre. Und trotzdem ist es so wunderschön, weil es ist halt auch weihnachtlich gleichzeitig, ne. Also es sieht schon alles gut aus. Aber habe ich schon Besseres gesehen, auch von Ubisoft, wenn ich da an alte Assassin's Creed Artbooks denke. Also es ist halt, es ist klein, es ist dünn, es ist jetzt nicht groß, es ist nicht viel drin und es ist jetzt nicht, ja, mega hochwertig von der Druckqualität. Es ist normales Papier, sage ich mal. Habe ich schon alles besser gesehen. So, aber jetzt kommen wir hier zu. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe mich ja extra wieder gar nicht informiert. Ich will ja da immer das Live euch auspacken. Man kann es hier aufreißen. Dafür ist es gemacht. Mal schauen, was sich darunter verbirgt. Gut. Ah, ein Poster, da gehe ich von aus. Oh, dann vorsichtig mit umgehen. Wenn es ein schönes Poster ist, will ich es ja vielleicht mal aufhängen. Safe Walk Remains. Yeah. Das wäre das Poster. Nicht schlecht. Finde ich recht hübsch. Es ist nicht riesig, es ist nicht klein. Das ist jetzt echt hochwertig. Das ist jetzt sehr, sehr gut aufgelöst, detailliert. Also dieses Bild, was man hier sieht. Das ist sehr schön. Ja, das ist ein hübsches Poster. Und hier schön versiegelt, hier in diesem, ja was ist das, so eine Art Silikon-Alu-Gedönshülle. Ja, also schön versiegelt da drin gewesen. So, jetzt haben wir hier den Season Pass. Da muss ich mal schauen, dass ihr hier, oh ja, hier seht ihr Codes. Das zeige ich euch natürlich nicht in die Kamera. Da haben wir einmal das Hazmat Gear Set und das National Guard Set mit einer P416 Assault Rifle, einer P416 Assault Rifle, ein Outfit, ein Rucksack, noch ein Rucksack. Ja, und Digital Camo Outfit. Ja. Hier ist der Season Pass noch drin. Den Code zeige ich euch natürlich auch nicht. Da kriegt man dann die ganzen schönen Addons und alles, was rauskommt. Da muss ich mittlerweile sagen, danke Ubisoft. Da kann jemand sagen, was er will. Aber da hören sie auf die Community, die seit Jahren sagt, Leute, ich will nicht noch extra 20 Euro für den Season Pass bezahlen, wenn ich hier schon die fetteste Edition kaufe. Für 150 Euro macht sie lieber noch 10 Euro teurer oder so, aber leg mir bitte den Season Pass mit rein. Haben sie bei Syndicate schon gemacht. Das erste Mal davor bei keinem Assassin's Creed Titel und auch bei anderen Ubisoft Titeln nicht. Jetzt beim letzten Assassin's Creed. Bei Syndicate haben sie es gemacht. Hier jetzt auch super Ubisoft weiter so. Season Pass dazu, geil. Gerade bei dem MMO finde ich super. Hätten sie auch nochmal extra Geld mitmachen können. Die ganze Edition, sage ich schon mal vorweg, hat übrigens für mich nur 120 Euro gekostet. Nicht, weil ich einen Sonderrabatt bekommen habe. Könnt ihr alle. Uplay Shop. Ihr könnt es bei Amazon kaufen, ihr könnt es bei Mediamarkt oder was weiß ich wo kaufen. Aber zahlt ihr, ich glaube, 150 beziehungsweise 160 Euro, glaube ich, für die PS4 Version. 150 war, glaube ich, PC. Vielleicht habe ich mich jetzt auch um 10 Euro vertan. Im Uplay Shop bekommt ihr 20% Rabatt, indem ihr einfach Punkte sammelt durch Zocken, durch Einkäufe. Alleine dadurch, dass ich die Box gekauft habe, kann ich mir schon wieder einen Rabattcode holen. Aber auch durch die ganzen Errungenschaften, die ihr bekommt, durch die Trophies, die ihr holt, bekommt ihr Punkte. Fürs Spielen bekommt ihr Punkte. Finde ich geil. Und damit holt ihr euch Rabattcodes und dann kauft ihr einfach die Edition, die eh überall das gleiche kostet und kriegt 20% Rabatt. Kriegt ihr sonst nirgends. Deswegen 120 Euro für diese fette Collectors Edition. Nie so viel mehr wie die normale Edition. Allein die digitale Gold Edition hat 90 Euro gekostet. Ist ja alles auch drin, was in der Gold Edition drin ist. Hier, ja, das Spiel. 40 GB, natürlich in 1080p. Die PS4 Version, Internetverbindung erforderlich. Ist ja klar. Das ist das Spiel. Packen wir gleich noch aus. Jetzt haben wir erstmal hier noch, oh, die Uhr, oh Gott, sie ist schwer und sie fühlt sich gut an. Und ich packe sie zuletzt aus, weil ich mich so drauf freue. Und ich habe mir schon gedacht, hoffentlich ist es kein Billigplastik oder so. Jetzt haben wir hier so ein Etui, was man sich hier halt so an Gürtel machen kann. Ja, das ist quasi hier, was die Leute hier halt auch, also eure Spieler da so haben. So, ich weiß nicht, gut Munitionsgurt ist es nicht. Da kann man halt irgendwie hier sowas aufbewahren. Ach, schau mal, hier ist auch gleich noch ein Gurt mit dabei, den man da noch... quasi dran machen kann und festschnallen kann. Eine schöne Sache. Und ja, das ist Leder hier, das merkt man. Ja, also wahrscheinlich kein Echtleder, brauche ich ja nicht. Ja, dann haben wir hier vorne. Was kann man da noch machen? Ja, da kann man halt so eine Art Keycard, EC-Karte, Kreditkarte, was auch immer rein tun. Und ansonsten ist das einfach ein schönes Etui, was man sich so dran machen kann. Ja, kennt ihr diese Bauchbeutel, die ich so super hässlich finde? Die irgendwie wieder in geworden sind in den letzten Jahren. Zumindest bei manchen Personen. Gott, wie hässlich es den Bauchbeutel ist. Also dann lieber bin ich Nerd und schnall mir lieber hier von Division so ein Ding dran. Das sieht echt nicht ganz so bescheuert aus wie ein Bauchbeutel, finde ich. Könnt ihr ja mal eure Meinung zu sagen. So. Jetzt, ja gut, komm, jetzt machen wir auch hier direkt... Ich lege es sowieso nachher ein und tue es erstmal installieren und patch ziehen und, 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 und alles. Alle Keys aktivieren und so weiter. Ja, aber hier ist natürlich einfach das Spiel drin. Ganz klar. Und hier haben wir... Schauen wir nicht, dass hier nochmal ein Key... Ne, New York Collapse. Okay, hier ist nochmal ein bisschen Werbung für... Scheint mal ein größeres Artbook. Beziehungsweise, ja, The Art of the Division. Da ist nochmal das richtig große Artbook. Und die sind halt auch teuer. Ein richtig teures, gutes Artbook kostet 40, 50 Euro. Ja, und da würde ich sagen... Das war es doch auch schon hier mit dem Spiel. Ja, jetzt kommen wir... Jetzt kommen wir fantastischerweise zu dieser Uhr. Leute, ohne Scheiß. Also, wow. Ja, also erstmal hier wirklich in einer sehr, sehr hochwertigen Box, wie man sie auch kriegt, wenn man irgendwo wirklich teure, massive Box, so wie man sie... Wenn man sich eine Uhr kauft im Laden, wäre es Oliver oder keine Ahnung. Was habe ich denn hier? Das ist Esprit, also... Da war auch keine bessere Box oder so, ja. Gut, steht mir in Schein da unten drunter, aber... Ist ja immer so. Jetzt machen wir erstmal hier diese Schutzteil hier weg und dann sieht man hier diese Uhr dran, ja. Da sieht man schon, das ist kein Plastik, das ist nicht billig, die ist richtig, richtig schwer. Ich glaube, ich habe eine neue Uhr, Leute, die ich demnächst mal anziehen werde. Das ist eigentlich hier schliebt die Uhr, aber... Ich glaube, die werde ich demnächst zumindest mal wechseln. Ich mag ja wohl. So. Das ist auch nicht so günstig eine gute Uhr, von daher brauchen wir hier gar nicht so viele. So, und hier haben wir eine Knopfzelle drin, die wir natürlich für die Uhr brauchen werden. Wir haben hier noch... Ach, schau mal, wir haben hier extra, damit es an jedes Handgelenk passt, noch weitere Stif... Ähm... Ach, wie heißen die Dinger? So, weitere Platten quasi. Mir ist gerade der Name entfallen, ihr wisst, was ich meine. Ähm... So, und dann hier, passend dazu, ein Mini-Schraubenzieher und hier wahrscheinlich die Anleitung. Ja, Instructions, da sind die Anleitungen. So, Leute. Jetzt schauen wir uns diese Uhr an. Die ist hier richtig in einem Kissen nochmal drin, richtiges Kissen. Ja, also... Ach, sorry, ich bin gehypt, aber das selten hat man wirklich sowas qualitativ hochwertiges bei einer Collectors Edition. Ähm, ist einfach nochmal... Ich liebe Figuren und so, aber das hat nochmal eine Ecke was Wertigeres, muss ich sagen. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich die... Ich muss das Kissen da quasi rausschieben. So, also da hat man richtig so ein fettgepolstertes kleines Mini-Kissen. Also, das könnte man zum Beispiel... Wenn ihr euren Hamster ein Bett machen wollt, habt ihr hier schon mal ein Kissen. Ähm... So, dann schauen wir doch einfach mal, dass wir die hier einfach so rausnehmen jetzt. Ich glaube auch, dieses Pappding hier brauche ich dann nicht mehr. Das reicht, wenn ich das Kissen habe und hier die Hülle so. Das wird mir jetzt nicht passen, weil ich echt ein großes Handgelenk habe. Ich weiß nicht mal, ob das reicht. Ich hoffe, wenn ich hier die beiden Stifte noch reinmache, dass es dann reicht. Falls nicht, muss ich da echt mal zum Uhrenmacher, weil die ist schön. Da lasse ich mir... Dann muss der schauen, dass er mir da noch was reinmacht. So, jetzt muss ich mal schauen. Die hier so ähnlich. Normal muss man die hier irgendwie aufklappen. Na? Wie geht die auf? Verdammt. Also, bei meiner ist hier neben einfach so zwei Stifte. Aber hier, das sieht aus, als müsste man die einfach so wie bei meiner alten, die ich mir hatte. Ne, das geht aber nicht. Okay, doch. Hat nur noch ein bisschen Festgang. Da ist halt quasi so schwarzes Material drüber, damit das halt so anthrazit aussieht. Weil das ist, da ist quasi, das ist auch Metall, ja? Wie bei meiner Uhr. Das ist alles Metall, aber damit es so dunkel aussieht, da ist halt von der Verarbeitung noch so ein paar Pocken. Aber das sieht sauhochwertig aus. Ich weiß nicht, ob das mit der Zeit hat, wenn Kratzer reinkommen, ob das dann auch Metall da wird. So, ich ziehe mal kurz meine Uhr aus. Und schau mal kurz. Ich weiß gar nicht, worum die ist. So rum wahrscheinlich. Sie passt. Fast. Okay, sie ist zum Zumachen. Mit den beiden Stiften passt. Und ich habe echt ein großes Handgelenk. Also, es müsste den meisten Leuten passen. Welchen mit kleineren Handgelenken müsste das passen? Man kann ja auch Stifte rausmachen. So viel wie man will. Also, es ist kein Problem mit kleineren. Aber wer größere Handgelenke hat, also das müsste mit den zwei Stiften mir echt passen. Und dann hat man, ich mache es da trotzdem mal zu. Es geht. Es ist mir jetzt zu eng. Ich mag das. Manche mögen es ja, wenn es zu eng ist. Aber bei mir ist, die rutscht jetzt halt gar nicht. Ich mag das, wenn es ein bisschen rutscht. Ich mag es einfach. Das ist Geschmackssache. So, schaut ihr euch an, ja? Und dann habt ihr hier diese digitale Anzeige wie im Spiel. Hey, richtig geil, ne? Da sind auch, ist auch einige Knöpfchen hier dran, wo man dann wahrscheinlich hier einstellen kann. Ach, guck mal. Ach, das ist, die Knopfzelle ist nur eine Ersatzknopfzelle. Hier. Ist schon anscheinend eine drin. Schaut euch das an, in Orange. Richtig geil. Wow. Richtig geil, mit Datum einem drum dran. Richtig geile, hochwertige Uhr. Ganz ehrlich, noch nie sowas Hochwertiges in der Collectors Edition gehabt. Und das für 120 Euro. Leute, damit bin ich begeistert. Wirklich, damit haben sie mich. Der Rest ist so, das Artbook, es gibt geilere. Es ist für eine Collectors Edition normal. Ja, es ist okay. Das hier braucht man nicht. Aber ist ganz schön. Ist ein Lederetui. Das Poster kann man sich aufhängen. Absolut. Ist schön. Spiel, geil. Season Pass dabei. Super. Ist, finde ich, mega. Und dann diese richtig hochwertige Uhr. In dieser hochwertigen Box. Leute, ich bin begeistert. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich packe euch, wenn ihr bei Ubishop noch bestellen wollt. Dann könnt ihr gleich mal schauen, euch da anzumelden. Auch wegen eurem Account, dass ihr Rabattcodes bekommt. Stell ich euch einfach mal die Box rein. Ich habe keine Ahnung, wenn das Video rauskommt, ob ihr die noch bekommt. Die ist natürlich limitiert. Die ist lieber Agent. Gibt es natürlich auch für Xbox und für PC. Ich packe euch auch den Amazon-Link rein, wenn ihr doch lieber bei Amazon bestellen wollt. Auch den Amazon-Link. Ansonsten, ich danke euch fürs Einschalten. Ich bin begeistert. Ihr bekommt gleich noch ein paar Bilder. Und erzählt mir, was ihr meint. Ich bin begeistert. Ich finde es geil. Wegen der Uhr. Ansonsten, wenn da noch eine Figur oder so dabei gewesen wäre, würde ich sagen, oh, geile Edition. Ich habe schon bessere gehabt. Aber mit der Uhr ist es eine der besten, die ich je hatte. Und es gab schon geile von Ubisoft. Also, macht es gut. Danke fürs Einschalten. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Abonniert unseren Twitch-Kanal. Liked uns auf Facebook. Gebt uns ein Däumchen hoch. Kommentiert. Wir freuen uns und machen weiter. Im Sinne des ganzen Endbox-TV-Teams. Vielen Dank. Und ihr wisst Bescheid. Immer schön weiterzocken. Und ihr wisst Bescheid. Und ihr wisst Bescheid. Untertitelung des ZDF, 2020